So, in Herzen, in unserem Part von OkoDig. Wir sind im Akkrat da oben. Jetzt geht's los. Alter! 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 Das war der, das war der Plan. Genau das war der Plan. Alter, Alter. Mann. Ach komm schon. Alter. Was macht ihr denn da? Was tut ihr denn da für eine Scheiße? Alter. Ich war zu schnell. Ich war viel zu schnell. Ich war viel zu schnell. Ah, Mann, 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 Mann. Wir kriegen jetzt da jetzt rein. Ja, das war klar. Wir sind so viel besser wie wir. Wir sind immer voll geil. Wir sind so gut. Nochmal ein Gefühl, ich bin so rein. Alter, sind die gut. Wir haben es voll drauf, die anderen. Wir haben es ein Saubenspielen über Tuespick oder Discord oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Werden sie absprechen. Kann ich mir vorstellen. Okay, also. Oder? Nee, eigentlich hat das nicht. Kann ich auch hier das machen. Okay. Ich schumse mich einfach weg. Oh. Witz. Einmal ein schlechter Witz. Wie gut die sind. Der Hammer. Einmal der Hammer, wie gut die sind. Wie gut die sind. Wie gut die sind. Wie gut die sind. Ach Mann, Scheiße, Mann. Ja, das hat er zugebracht. Immer einen Torschuss gemacht. Ein bisschen Punkte. So ein bisschen Punkte. Und ich hätte ihn einfach laufen lassen sollen. Ich hätte ihn laufen lassen sollen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir werden es nie erforderen. Wir werden es nie erforderen. Er ist nicht. Wir sind nicht. Ich habe ihn nicht. Wir werden es nicht. Ich habe ihn nicht. Schade. Die waren richtig gut. Die waren richtig gut, Leute. Die waren richtig gut. Aber mega. Die haben es drauf gehabt. Die haben es drauf gehabt, Leute. Das war es auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen. Müsst ihr die E-Mail kommentieren. Teile mich. Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.